Der Impfmuffelo. Da geht es um ein Muffelo, das sich partout nicht impfen lassen will. Hier erklärt die RKI-Maus dem Impfmuffelo, guck mal, über 90% der Covid-Intensivpatienten sind ungeimpft. Verstehe ich nicht, sagt der Impfmuffelo. Mein Gott, du Telegram-Opfer, der eine Balken ist viel größer als der andere. Verstehe ich nicht, sagt der Impfmuffelo und frisst die Maus auf. Dann kriegt er einen Darmverschluss, rennt ins Krankenhaus, aber weil da alle Betten schon voll sind mit anderen ungeimpften Impfmuffelos, muss er dann doch länger auf seine Behandlung warten. Ende. Ja, sollte man unbedingt vorlesen in jeder deutschen Grundschule und jeder Kita.